Willkommen zurück und ein knalliges Hallo zu Contrast und wir sind immer noch, wie man sieht, im Leuchtturm und wir sind immer noch dabei zu rätseln. Ja, jetzt lass mich doch durch, lass mich durch, lass mich durch, hepp, 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 so, geht doch. Okay. So, wir brauchen für hier oben die Kiste, die Kiste kriegen wir aber nicht einfach so. Warum drehen sie die, ah, egal, komm. So, diese Kiste kriegen wir auf jeden Fall nicht einfach so, wir müssen da irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Ich nehme mal an, hier können wir doch gar nichts groß machen, dafür werden wir das Licht brauchen. Soweit ist es klar. Die Tür ist mittlerweile offen, wir müssen hier vorne das Ding wieder anmachen, warum auch immer es ausgegangen ist. so. Wenn wir jetzt, ach ne, das ist ja über uns, dann können wir hier gerade nix machen. Wie sollen wir das Ding denn bitte nach da oben bekommen? Ähm. Gibt's hier oben vielleicht ne Möglichkeit? Ne, gerade nicht. Wir müssten hier, ah, vielleicht können wir jetzt, nein, können wir nicht, das Ding können wir nicht feuern. Wir können keine Sonnenstrahlkanone schießen. Warum nicht? Aus reinen Sonnenstrahlen. Da sollen wir auf jeden Fall als nächstes hin. Frage ist, wie schaffen wir es mit der Kiste? Warte, wie kriegen wir die Kiste hier hoch? Indem wir einfach mal stärker werden, verdammt. Oder einfach mal, äh, das ist hier durch Stämmen. Was ist, wenn wir es runterfallen lassen? Ich versuch's mal. Und nun? Jetzt ist die wieder hier. Okay. Okay. Dann müssen wir weiter rätseln. Gibt ihr jetzt nicht auch zu rätseln? So. Das dreht sich sowieso die ganze Zeit wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir doch hier unten noch was machen. Was genau befeuert er denn jetzt hier überhaupt? Jetzt geht doch hoch, Mann. Diese clunky Steuerung. So. Das befeuert er jetzt hier. Und das hilft uns aber überhaupt nicht. Oder? Nein, tut es nicht. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. So. Ich glaub, noch weiter runter brauchen wir nicht. Aber hier scheinen wir doch irgendwas vergessen zu haben, oder? Ich kann die auch manuell wieder ausmachen. Warum auch immer. Aber ich könnte sie manuell wieder ausmachen. So. Mal gucken, wenn ich jetzt das nur so habe. Ich kann nicht mal das Ding hier drehen, oder? Doch, ich kann es drehen. Sehr gut. Das heißt, ich kann das quasi da oben nutzen. nein, das ist das nicht so zu machen. Das ist das nicht so zu machen. Das ist das Ding. Können wir hier vielleicht irgendwie was drehen? wenn wir das anstelle dahin dann irgendwie hierhin drehen das ding nehmen jetzt wieder damit in die schatten wandern was natürlich wieder nicht funktioniert nein danke dass sie teilgenommen haben ok ja gut neue idee wir gehen langsam die ideen aus hier es so machen vielleicht ja das geht natürlich auch nicht ich kann hier wegen diesem gitter nicht in die schatten gehen das ist doch blöd ich hätte so quasi über diese dinge ins vielleicht noch rüber gehen können so dann haben wir das jetzt da es fehlt uns trotzdem immer noch der große zusammenhang verbaut den ganzen mist so es fehlt uns trotzdem immer noch die möglichkeit irgendwie dahin zu kommen oder weil hier ist klar da müssen wir gleich da müssen wir quasi gleich rüber laufen das ist kein kein thema aber wie kriegen wir die die blöde kiste dahin können wir das noch ein bisschen steiler machen oder war es das schon da ja das war das steilste was geht ach man leute die wollen einen doch nur verarschen oder hier hast du eine kiste aber wir sind zu dumm eine richtige tür zu bauen damit wir da durchgehen können oh ja wie hat er die kiste überhaupt hier reingekriegt das sind mal fragen die ich beantwortet haben möchte wie hat er die blöde kiste dahin gekriegt stellen wir die doch einfach hier in den schatten zack so jetzt bist du an der schattenkiste die schattenbox so wie machen wir es jetzt ähm wiedersehen ist okay ist nicht schade ihr merkt gerade das spiel ist äh äh gerade sehr sehr schlimm was diese dieses gerade dieses dieses ähm rätsel angeht ich habe nämlich keine ahnung wie es gehen soll einfach weil ich mit dieser kiste hier nicht weiterkomme wir haben eine kiste wir können sie nicht nutzen und wir brauchen sie und die Leute sind so doof einen richtigen Eingang zu bauen wo wir eine kiste durch schleppen könnten so nein da geht es auch wieder nicht seht ihr alles blöd du wirst du doch eigentlich meinen das würde hier eigentlich funktionieren aber nö aber nö wisst ihr was wir sehen uns nochmal in der nächsten folge ich weiß ich habe hier kaum fortschritt erreicht und das ganze das ganze ist dann noch nicht so lange wir sehen aber äh ich glaube es ist für uns alle besser wenn ich einfach nochmal schnell gucke wie das ganze hier geht und äh wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn ich dieses kistenrätsel dann gelöst habe ok bis dann ciao 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 ciao